Ja, wichtig für eine gute Milchqualität ist, dass man sauber arbeitet. Angefangen beim Milchschirrwaschen. Melkstand alles, das sauber ist, das deutsche Service sauber gemacht wird auch. Dann beim Melken sauber arbeiten mit Händchen. Zwischen Resinfektion machen wird noch eher gut, damit man keinen Dank für den Fleisch. Wenn jemand etwas hat, wenn jemand ein Tier hat, sofort reagieren. Nicht mit Antibiotika, sondern mit Homöpapie. Akute Hirten können auch sehr gut behandeln, wenn man praktisch. Bei der E-Software kann ich auch stark drauf. Die Tiere einsetzen, weil sie so gut sind. V.a. mit der Zauhe. Mit hoher Melkbarkeit. Bei der E-Software kann man auch mal laufen. Ich mache die Gründe für die Lehrlinge oder später. Das kann ich nicht brauchen, kann ich auch nicht. Ja, auch der Lehrling muss einschaffen. Das ist wichtig, dass man mehr Fleisch arbeitet. Vor dem Milch rein und am Abend der Lehrling. Das muss eigentlich gut funktionieren. Für Medico weiss, dass es eine Symptome hat. Nach dem Melken muss man auch ein paar Minuten sein. Das ist jetzt ein ganz wichtiges. Mal ach, damit man auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Alle, die es gut geht. Die Tränen! Die Kräuter werden muss man auch nicht. Die Kräuter werden die Kräuter zurück. Der Tier ist ja auch nicht.